Es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen in Schulden geraten. Genauso unterschiedlich gehen Menschen auch mit den Schulden um. Mein Name ist Sebastian Fese. Ich bin seit zehn Jahren als Rechtsanwalt und Schuldnerberater tätig und konnte in diesem Bereich bereits umfangreiche Erfahrungen sammeln. Heute möchte ich Ihnen drei Tipps geben, wie Sie Ihr Schuldenproblem lösen können. Erstens, nehmen Sie keine neuen Kredite auf. Es gibt sehr viele Schuldner, die ihr gesamtes Einkommen darauf verwenden, Schulden und Kredite zurückzuzahlen. Zur Bestreitung Ihrer Lebenshaltungskosten müssen dann laufend neue Kredite aufgenommen werden. Dies ist aber definitiv der falsche Ansatz. Besser wäre es, Sie verschaffen sich einen Überblick über Ihre Ausgaben, stellen dafür einen Haushaltsplan auf und versuchen, unnötige und überflüssige Ausgaben zu vermeiden. Die daraus folgenden Ersparnisse können Sie dann wieder zur Bestreitung Ihres Lebensunterhaltes verwenden oder sogar zur Schuldentilgung einsetzen. Dritter Punkt, verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Schulden. Auch wenn es schwerfällt, suchen Sie den Kontakt zu den Gläubigern, setzen Sie sich mit denen in Verbindung, versuchen Sie mit denen eine Lösung zu erarbeiten. Sind Ihre Schulden nicht wirklich hoch, können Sie hier zumindest zumeist schon eine Lösung finden, können vielleicht schon den Weg aus der Schuldenfalle mit den Gläubigern erarbeiten. Bei höheren Schulden empfiehlt es sich, einen erfahrenen Schuldenapparater hinzuzuziehen, mit dem gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten und versuchen, die Schulden wieder in den Griff zu bekommen. Für ein kostenfreies Beratungsgespräch melden Sie sich telefonisch, per E-Mail oder über unsere Homepage bei uns. Vielen Dank.